Akte Nordsee Der Teufelshof Von Eva Almstädt Es liest Jona Müs Diana Hobbs klopfte an die Tür. Als niemand reagierte, kamen ihr Zweifel. In der Aufregung hatte sie gar nicht darüber nachgedacht, wie unpassend ihr unerwartetes Auftauchen sein könnte. Es war ja der Morgen nach Hennings und Annas Hochzeitsnacht. Wie peinlich, das frisch vermählte Paar so früh zu stören. Doch die Zeit drängte und Hennings Eltern, Lucy und Gustav Fehnsen, waren ja auch noch da. Sie hämmerte nochmals gegen das Holz und drückte dann die Klinke herunter. Die Hintertür war unverschlossen. Diana betrat den Vorraum zur Küche. An der großen Vordertür des Bauernhauses, die die Nachbarin, sie eingeschlossen, mit einer Gelande aus Eichenlaub, roten Rosen und winzigen Stramplern geschmückt hatten, war sie wie gewohnt vorbeigegangen. Die Babysachen würde das Paar definitiv bald gebrauchen können. Es hieß, Anna sei im vierten Monat schwanger. Doch aus Gründen, die Diana nicht nachvollziehen konnte, wurde nicht offen darüber geredet. Sie verzog das Gesicht. Das war ihr zu kompliziert. Mit Hennings Braut war sie ohnehin noch nicht richtig warm geworden. Wie schade, dass Anna sich nichts aus Pferden machte. Moin, ich bin's, Diana, rief sie beim Betreten der Küche. Keine Antwort. Dass Lucy, Hennings Mutter, um halb neun morgens noch schlief, schien ihr höchst unwahrscheinlich zu sein. Ich brauche nur mal kurz eure Hilfe. Zwei ihrer Pferde, noch dazu die Jährlinge, waren ausgebrochen und ihr Mann Lennart, der ihr normalerweise geholfen hätte, sie wieder einzufangen, war in aller Frühe nach Hohenlokstedt gefahren. Ihr blieb nichts anderes übrig, als Henning oder an diesem besonderen Morgen vielleicht besser Gustav und Lucy zu bitten, ihr kurz zu helfen. Die Pferde tummelten sich sicher gerade auf einer der saftigen Weiden des Feensenhofs. Zumindest hoffte Diana das. Gustav! Lucy! Die Eltern des Bräutigams hatten bereits um kurz nach elf Uhr das Fest verlassen, während das Brautpaar bis nach vier Uhr in der Früh im Gasthof geblieben war. Anna und Henning hatten jede Sekunde ihre Hochzeitsfeier ausgekostet und beinahe den ganzen Abend getanzt. Diana ging weiter in Richtung Diele und rümpfte unwillkürlich die Nase. Sie war, weiß Gott, nicht zimperlich, aber zu den normalen Gerüchen eines Landhaushaltes mischte sich ein anderer, ebenfalls vertrauter Geruch. Wie früher, donnerstags bei Dianas Eltern. Seltsam, die Feensens schlachteten doch nicht mehr selbst. »Lucy! Gustav! Wo seid ihr denn?« Diana fühlte sich mit einem Mal unwohl in ihrer Haut. Doch wenn Diana die Pferde nicht schnell genug wieder eingefangen bekam, musste sie die Polizei verständigen. Und der Dorf-Sheriff war sowieso nicht so gut, auf sie zu sprechen. Lieber wollte sie die Angelegenheit mit Nachbarschaftshilfe lösen. Diana überlegte, wen sie sonst noch um Unterstützung bitten könnte, als sie ein Geräusch über sich hörte. Ein leises Scharren, kaum wahrnehmbar, wenn es nicht so leise im Haus gewesen wäre. Merkwürdig. »Hallo? Ist da wer? Ich bin's, Diana!« Nichts. Entschlossen stieg sie die Treppe hinauf ins Obergeschoss. Der obere Flur hatte kein natürliches Licht, und im Dämmerlicht meinte sie, den seltsamen Geruch noch intensiver wahrzunehmen. Diana tastete erfolglos nach einem Lichtschalter. Vor ihr auf dem Boden lag etwas. Sie machte einen raschen Schritt darauf zu, rutschte weg, schrie auf und fiel auf etwas. Auf einen leblosen Körper? Entsetzt tastete sie auf was oder besser auf wen sie gefallen war. Sie fühlte kühle Haut, feste Muskeln, strubbeliges, strohiges Haar. »Hennings? Haar? Oh Gott! Nein!« Hastig rabbelte Diana sich auf und hielt sich an der Wand fest. Ihre Augen hatten sich inzwischen so weit an das Dämmerlicht gewöhnt, dass sie ihre eigenen Fingerabdrücke auf der weißen Raufhasertapete sehen konnte, als sie die Hand sinken ließ. Wie peinlich, war ihr erster unsinniger Gedanke. Erst dann wurde Diana klar, dass das Klebrige, das sie an den Fingern spürte, Blut sein könnte. »Hennings Blut!« Sie ließ sich mitten in die bereits angetrocknete Lache auf die Knie fallen und beugte sich zu dem jungen Mann, strich ihm über das Gesicht. »Henning! Mein Gott! Was ist passiert? Kannst du mich hören, Henning?« stieß sie mit bebender Stimme hervor. »Ich bin's! Diana!« Sie setzte noch ein optimistisches »Es wird alles wieder gut« hinzu. Diana nahm sein Handgelenk und ertastete Hennings Puls. Seine Haut war feucht. Sie beugte sich vor, hielt Ohr und Wange nah an seinen Mund und seine Nase. Erleichterung durchflutete sie. Sie vernahm Atemgeräusche, spürte einen leichten Lufthauch. Er war bewusstlos, doch er atmete. Er lebte. Diana rief sich ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse in Erinnerung und versorgte Henning so gut es ging. Dann zog sie ihr Handy hervor und wählte mit zitternden Fingern den Notruf. Eine nüchterne, vertrauenerweckende Stimme versprach ihr, dass gleich Hilfe kommen würde. Sie musste zuerst ihren Namen und die Adresse des Unglücksortes angeben. Mit bebender Stimme schilderte sie Hennings Zustand und was sie bereits unternommen hatte, um ihm zu helfen. »Wissen Sie, ob es vielleicht noch mehr Verletzte gibt?« wurde sie schließlich gefragt. Der Schreck fuhr ihr nochmals in die Glieder. »Noch mehr Verletzte?« »Ich? Nein, weiß ich nicht«, stieß sie hervor. »Schauen Sie bitte nach, ob noch jemand Hilfe braucht.« »Aber ich muss doch ihm helfen.« »Schauen Sie zuerst überall nach.« Diana rappelte sich mit zittrigen Knien auf. Diesmal darauf bedacht, nicht wieder die Tapete zu berühren. Doch welchen Unterschied machte das noch? »Ich gucke jetzt in die Zimmer«, sagte sie. Der ruhig klingende Mann am anderen Ende der Leitung gab ihr die dazu nötige Entschlossenheit. Diana stieg vorsichtig über Henning hinweg, der beinahe den gesamten Flur blockierte. Sie wusste nicht, welche Tür zu welchem Zimmer gehörte. Obwohl sie die Familie Fensen und deren Hof von Kindheit an kannte, war sie noch nie hier oben gewesen. Die erste Tür öffnete sich zu einem Raum mit einem großen, zerwühlten Doppelbett. Eines der Fenster stand offen. Das Geräusch, das Diana gehört hatte, musste von dem Fensterflügel verursacht worden sein. Dem Brautkleid, das wie ein Wasserfall aus Tüll und Seide über einen Sessel floss, nachzuurteilen, war es Hennings und Annas Zimmer. Doch von der Braut selbst keine Spur. Diana wankte zurück, stieß nacheinander die Türen zu einem Badezimmer, hellblau gekachelt, zu einem Gästezimmer und einer kleinen Putzkammer auf. Vor der letzten Tür zögerte sie. Noch einmal rief sie zögerlich, »Lucy!« »Gustav!« Sie lauschte, erwartete längst keine Antwort mehr. Das Haus war still. Zu still. Sie war nicht der Typ, der Unangenehmes hinaus zögerte. Entschlossen drückte Diana die Klinke herunter. Direkt vor ihr befand sich das altmodische Doppelbett aus dunklem Eichenholz. Lucy und Gustav lagen nebeneinander, sie auf der Seite, das lange Haar zu einem festen Zopf geflochten, er auf dem Rücken. Die Bettdecke sah zerwühlt aus, und zwei obszön anmutende, dunkelrote bis schwarze Flecken befanden sich jeweils etwa in Brusthöhe. Es sah so aus, als wären sie im Schlaf erschossen worden. Das war doch nicht möglich. Nicht hier, in Nordfriesland. Die blassen, starren Gesichter ihrer toten Nachbarn würde Diana nie vergessen. Denn Gustav und Lucy Fänsen waren tot. Daran gab es keinen Zweifel. Sie hielt noch immer das Handy umklammert und hob es nun langsam ans Ohr, als wöge es mindestens fünf Kilo. »Ich bin jetzt im zweiten Schlafzimmer«, sagte sie mit einem Schluchzen. »Hier sind zwei Tote. Es gibt einen Verletzten und zwei Tote auf dem Hof. Wo die Frau ist, die auch noch hier wohnt, weiß ich nicht.« »Asyl?« Bendix stand barfuß in Jogginghose und T-Shirt vor seiner Schwester und blickte sie treuherzig an. Mit einem Schulterzucken ließ Fähnchen ihn eintreten. »Was treibt dich zu mir? Mein Kaffee oder meine Gesellschaft?« »Beides natürlich.« Er grinste sie mit seinem unnachahmlichen Charme an und folgte ihr in die Küche. Feentje Jakobsen bewohnte den Teil des Bauernhauses, der früher Stall und Diele gewesen war. Ihre Großeltern lebten im ursprünglichen Wohnbereich. Zwischenzeitlich war auch Feentjes sechzehnjährige Nichte Sophia in Feentjes Wohnung mit eingezogen. Ihr Bruder, Sophias Vater, der zu ihrem Leidwesen nur am Wochenende nach Hause kam, bewohnte noch sein altes Zimmer im Wohnbereich ihrer Großeltern Gretje und Hinrich Jakobsen. Feentje konnte sich bildhaft vorstellen, was Bendix am Sonntagvormittag hergetrieben hatte. »Gretje arbeitet wohl gerade die Hochzeit nochmal auf?« Bendix ließ sich auf die Bank fallen. »Bitte, ich brauche einen richtigen Kaffee und du hast es erfasst. Sie redet aber nicht nur über die gestrige Hochzeit. Nein, meine Lieber.